hi ich bin melanie und ich fahre am 12 märz essen in das unperfekthaus zur info veranstaltung fahrscheinfrei vielleicht bist du ja dann auch dabei wenn wir zusammen mit oliver beyer seinem team und dem ackerbauen und verkehr uns überlegen welche aktionen und strategien uns vor ort vielleicht dabei helfen den leuten zu verklickern was wir eigentlich unter fahrscheinfrei verstehen